Ich bin immer nur hier vorbeigefahren und habe mich immer gefragt, was das mit dem Container auf sich hat. Mir ist auch aufgefallen, dass hier jemand sehr viel Aufwand betrieben hat. Wir sitzen hier im Container von Energiewende leben, so heisst die Kampagne. Dieser Container steht den ganzen Sommer in der Gemeinde Könitz im Lieberfeldpark und nachher in der Padi Bayer Matt. Dieser Container bildet das Herzstück einer 5-jährigen Kampagne zum Thema Energiewende und ökologische Nachhaltigkeit. Das ist eine Ausstellung, in der man seinen eigenen Fussabdruck herausfinden kann und was man noch besser in seinem Leben können, um die ganze Ökobilanz aufzubessern. Ich habe schon selber vorher etwas damit recherchiert. Darum habe ich schon vieles gewusst. Aber als Beispiel war es, dass ich statt normaler Milch auf Sojamilch umsteigen könnte. Das ist eine 5-jährige Kampagne, in der jedes Kampagnejahr ein anderes Fokusthema im Mittelpunkt steht. Im Jahr 2019, also dieses Jahr, ist es das Thema Mobilität. Und rund um diesen Container finden auch entsprechende Events statt zum Thema Mobilität. In diesem Container haben wir eine kleine, fiktive Wohnung installiert mit QR-Codes. Und das ist im Prinzip eine digitalisierte Bilanzierungshilfe, wo man seinen ökologischen Fussabdruck auf eine erfrischende Art und Weise machen kann. Rund um diesen Container finden laufend verschiedene Aktivitäten und Anlässe statt. Die finden man auf der Webseite, auf der Agenda. Das sind Themaanlässe, Diskussionsanlässe zum Thema Mobilität, aber auch andere Themen. Oder zum Beispiel die Smoothie-Bike, wo man sich ein Smoothie mit der eigenen Muskelkraft mixen kann. Sollte Anlässe und Sachen gibt es immer wieder. Und wir werden dann auch versuchen, den Leuten etwas zu bieten. Mehr als ein Drittel des Schweizer Energietverbrauchs wird durch die Mobilität verursacht. Und ja, in der heutigen Diskussion möchte ich den Kopf aus einfach legen. Und die Herausforderung, die wir hier haben wollen, aber auch mögliche Lösungen hier zur nachhaltigeren Mobilität. Was sicher für uns Herausforderung ist, ist unsere Arealentwicklung, die wir im Moment haben. dass wir dort die bestehenden Kapazitäten nutzen können und nicht zusätzliche Verkehrsflächen bauen müssen. Also beeindruckt hat mich zum Beispiel auch die Aussage vom Gemeinderat der SVP, die eben sagt, man muss Veloverkehr fördern. Und das selber offenbar auch selber Velofahrend macht. Ja, also die ganze Klimadiskussion, die läuft ja überall. Eben auch bei den Jungen mit den Klimademonstrationen. Und auch die Gemeinde Könitz hat ja auch ein Energielabel und eine Energiefachstelle, wo man dran ist, um zu schauen, was man ändern kann. Und ich denke eben, die Mobilität ist eines dieser Themen. Ja, ich denke, dass die Container gute Sachen sind, vor allem für den Informationsgehalt auch, dass man auch die Leute ein wenig aufrütteln kann mit ihrem Denken, was ist gut, was bringt etwas. Von dem her, das ist, glaube ich, etwas vom Wichtigsten, dass die Leute ein Wissen haben über ihre Ökobilanz und was sie machen können für die Umwelt, für den ganzen Klimawandel usw. Ich habe das Gefühl gehabt, wenn wir zu Solikofen auch so reden wie hier, dann wären wir zu Solikofen schon ein bisschen weiter. Meiner Meinung nach müssen wir jetzt wirklich breiter Gesellschaft und alle zusammen daran ziehen, dass die Energiewende so schnell wie möglich geschafft wird. Also, ich habe das Gefühl, dass die Energiewende so schnell auf der Stelle aussehen, wenn man auf der Stelle kommt, die Gäste in der Stelle mixtre die Zeit mit zu machen, die auch weiter langs und unbekommen sind, sind die Gäste in der Stelle. Also nehmen wir hier in der Stelle. Vielen Dank.